30 Sekunden, warum soll man Sie wählen? Weil ich für die Bildung stehe in unserem Land, das eigentlich die Basis ist für alle, zusammenzuleben und gut zusammenzuleben. Ich engagiere mich wirklich aus vollstem Herzen dafür, nicht nur weil ich Mutter bin, sondern auch weil ich Volksschullehrerin bin und weil ich möchte, dass ich nicht nur einer Klasse helfen kann, sondern vielen Klassen in ganz Österreich und vielen Kindern in ganz Österreich, weil Kinder unsere Zukunft sind. Gut, Fiona Fiedler, danke für das Gespräch. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.